Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen mit Stefan Jonas über Schule und Abitur in Neuseeland. Sie sind nicht nur Regisseur, Sie sind auch Unternehmer, Sie vertreiben Manuka-Honig, aber nicht nur das, Sie sind auch Vater. Welche Werte wollen Sie Ihren Kindern mitgeben? Die wichtigsten Werte, finde ich, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber aus meiner Lebenserfahrung heraus war es immer mein Ziel, meinen Kindern drei Sachen mitzugeben. Erstens, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden, kritisch recherchieren, nicht alles glauben, was man ihnen erzählt und eigenständige Menschen werden. Das Zweite war, dass sie lesen. Ich lese wahnsinnig gern vor, gebe selbst auch Lesungen bei größerem Publikum, aber es ist natürlich das Schönste auf der Welt, zwei Kinder am Arm zu haben und auf dem Sofa zu liegen und vorzulesen, stundenlang. Und wir haben auch in der Kindheit von meinen ersten beiden Kindern, und jetzt geht es natürlich mit der nächsten Generation weiter, meterweise Literatur durchgelesen, vorgelesen. Und Lesen ist ja Aufmerksamkeit, es ist Zuwendung, es ist Geborgenheit, es ist ja weit mehr als nur eine Geschichte zu lesen. Und auch natürlich in dem Fall dann auch eine körperliche Zuwendung, ein Wohlfühlen. Und das hat dazu geführt, dass meine Kinder, auch heute schon erwachsen, die ersten beiden, immer ein Buch bei sich haben und selber mittlerweile auch ihren Kindern weiter vorlesen. Und das Dritte ist Reisen. Und als eben diese ersten beiden, weil ich das große Glück hatte, viel in der Welt unterwegs sein zu dürfen, als Kameramann, erst dann als Regisseur und dann später als Filmproduzent, einfach als die 11 von 13 waren oder wurden, ich gesagt habe, komm, euer Vater war ein halbes Leben in der Welt unterwegs, ich zeige euch mal ein bisschen was davon. Und dann waren wir erst ein paar Mal in England, dann in Kanada und dann natürlich der Klassiker Los Angeles und durch das Valley und Las Vegas, Grand Canyon. Und mitten in Monument Wells, sagt damals meine ältere Tochter zu mir, Pabsi, so nennen die mich, Pabsi, ich möchte gerne nach Neuseeland. Da habe ich gesagt, wo kommt das denn jetzt? Ja, completely out of the blue. Und da habe ich gesagt, hat das was mit Lord of the Rings zu tun, was damals natürlich recht hip war und wir auch gerade gelesen hatten. Nein, 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 da war sie 15 in der 10. Klasse, ging sie gerade so dahin, dass, nein, aber sie hatte gehört, dass eben in Neuseeland die Menschen so easy, laid back, positive, alles irgendwie so ein bisschen entschleunigt ist und die Landschaft so toll sei und sie möchte da gerne hin für ein Jahr und nach der 10. einfach so ein Gastjahr dort machen. Da habe ich gesagt, das recherchieren wir, das ist toll, das ist eine gute Idee. Und dann stellte sich heraus, dass das Schuljahr beginnt in Neuseeland Ende Januar, also durch die Wintersommerverschiebung genau umgekehrt oder ein halbes Jahr auseinander wie hier und dass die Schüler dort zwar ein Jahr runtergehen können und steigen ja hier quasi nach dem, in der Regel Juni, Juli, Ende des Schuljahres dann zum Term 3 ein. Also die Neuseeländer haben Quartale unterteilt, sind immer Terms so genannt, also vier pro Jahr. Und man steigt dann eben nach einem halben Jahr in Term 3 dort unten ein und kann da ein Jahr mit dabei sein. Alles gut und hier weitermachen in sein Abitur. Aber wir fanden dann eben auch heraus, dass wenn man noch ein halbes Jahr dranhängt, also anderthalb, six Terms insgesamt in Neuseeland absolviert, dass man dort das internationale Abitur erreichen kann und was hier in Deutschland, selbst in Bayern und Baden-Württemberg anerkannt wird, um studieren zu können. Und da meine Töchter genauso viel Lust hatten auf die Schule wie ihr Vater, war es natürlich klar, wenn man ein halbes Jahr sparen kann und ein internationales Abitur haben. Toll, das wollen wir machen. Ich wollte gerade fragen, also das ist ja das NCEA, also das internationale Abitur. Das ist ganz normal anerkannt wie das deutsche Abitur. Ja, man muss witzigerweise dort unten auch noch, damit es hier auch funktioniert, einen Deutschkurs dann übernehmen. Das ist natürlich ganz praktisch, um den Durchschnitt noch ein wenig zu erhöhen, weil man ja in der Regel mehr weiß oder besser Deutsch spricht als der Lehre. Aber tatsächlich, ja, es ist so. Es gibt bestimmte Fächer, die man natürlich nehmen muss aus bestimmten Kategorien. Und, also eine Sprache, Naturwissenschaft und so weiter, wo man sagt, ein Riesenangebot da, aber natürlich ausgerechnet, wenn man schon eine Idee hat, was man hier studieren möchte. Und ich sage jetzt, was weiß ich, möchte ganz gerne ins Graphic Design oder ich möchte in die Physik oder Biologie. Macht es natürlich Sinn, auch das dort unten schon aufzunehmen und nicht nur Segeln und Campen und Geologie. Also insofern ist es, dass es auch als Schulfächer gibt, also es ist fantastisch. Die Schulen in Neuseeland sind ganz anders ausgerichtet, als das hier der Fall ist. Es geht darum, eben selbstständig denkende Individuen zu fördern, ihre eigenen Talente zu fördern, kritisches Hinterfragen, also das, was ich mir immer gewünscht habe. Und was eigentlich so ziemlich das Gegenteil ist von dem, was hier passiert auf den Schulen. Leider, es ist sehr, sehr nach Steiner auch ausgelegt oder angelehnt danach. Und es hat aber auch jedes einzelnes College oder dann auch später University, aber jetzt erst mal College ab der 11. Klasse, seine eigenen speziellen Ausrichtungen. Also es gibt eine Schule in Auckland zum Beispiel, die im Schwerpunkt Gestaltung noch hat, Grafikdesign, CGI, also solche Gestalten, auch wahnsinnige Ausrüstung, also in Richtung Gestaltung geht, aber auch in Richtung Kunst, also im Sinne von auch Tanzen, Schauspiel, Filme und so weiter. Deswegen hat sich eine meiner Töchter ganz besonders, weil die will Schauspielerinnen werden dafür interessiert und dort auch beworben. Aber auch in Wellington zum Beispiel gibt es Schulen, die spezifisieren sich dann auf irgendwelche Sportarten. Oder es gibt ein College, was nur Reitsport macht, sehr, sehr elitär. Also einfach ein ganz, ganz großes Angebot. Und die Schüler in Neuseeland gehen aber zur Schule dort unten nicht nur, um zu lernen. Natürlich hat man dort auch Aufgaben oder schreibt Arbeiten und Tests. Aber es ist so viel Freizeitangebot dann, dass man sich auch am Wochenende trifft. Es gibt am Wochenende auch Kurse, wie Stand-up Paddling, Swimming with Dolphins oder Segeln. Aber wenn man Geografie zum Beispiel belegt, hat man fast jedes zweites Wochenende irgendeinen Exkurs in irgendeine Region. Man geht gemeinsam zelten. Man erlebt unglaublich viel miteinander. Und auch am Nachmittag oder am Campus, da ist immer Leben. Also es ist ein ganz, 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 ganz großes Geschenk an die Kinder, wenn man sie dort zur Schule schickt. Ja, das hört sich richtig toll an. Ich würde jetzt am liebsten gleich auch so nach der 10. Klasse nochmal dahin. Und eine ihrer Töchter, die hat ja sogar gesagt, zwei Jahre mehr Kindheit. Das ist richtig. Das war ein ganz, ganz wunderbarer Moment mit meiner ersten Tochter, die reflektierend, also zwei Jahre nach Abschluss der Schule zu mir sagte, als wir irgendwann mal irgendwo am Lagerfeuer saßen, sagte, Papsi, ich danke dir nochmal, denn du hast mir zwei Jahre mehr Kindheit geschenkt. Und das fand ich einen unglaublich reifen und tollen Satz, denn die Schüler dort unten, es ist einfach noch, man bleibt einfach, oder andersrum erklärt, wenn man hier so die 10. Klasse langsam hinter sich hat, dann geht es ja auch so mit Partys und was weiß ich, wir nehmen, Kasten Bier gehen runter an den Fluss und feiern und, und, und. Das ist dort unten nicht. Man darf dort kein Alkohol öffentlich trinken. Und so ist auch gar nicht deren Kultur, da so früh schon Gas zu geben. Und natürlich trifft man sich, natürlich gibt es da Communities und, 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 und Spaß und auch dieses Zelten zum Beispiel, oder man geht abends am Strand. Nur, es ist so dieses, wir bleiben da einfach noch länger so in unserer Freude, in unserem Jugendlichsein. Und es ist auch mit Strafe wirklich verboten dort unten, also vor 18 gibt es da sicher kein Alkohol. Und wenn man da mit dem Alkohol auf der Straße erwischt wird, dann sitzt man im Flieger. Also das ist ganz, ganz hart. Und daran halten sich alle, aber es ist auch kein Problem, weil es einfach gar nicht so zelebriert wird wie hier. Und das ist natürlich auch ein weiterer Punkt. Man lebt dort in Gastfamilien, man hat eine Mordshorizont-Erweiterung in der Kultur, teilweise auch, man kann natürlich Maoris und Reisen und alles eben auch erleben sehen, kann dort den Hacker lernen, wenn man das möchte. Also es hat einfach eine unglaubliche Horizont-Erweiterung. Und damit ist es wirklich ein Geschenk fürs Leben. Das nehmen die Kinder mit. Und auf den Schulen selbst sind ja auch so viele internationale Schüler aus allen Teilen der Welt. Das heißt, wenn die ihr Abitur haben, dann haben die ein Netzwerk auf der ganzen Welt. Von Freunden. Das ist natürlich ein Traum. Ja, also man merkt, Sie sprudeln da vor Begeisterung, wenn Sie darüber sprechen. Und Sie unterstützen ja sogar auch fünf Schulen in Neuseeland. Wie sind Sie dazu gekommen und warum? Das ist ein Zufall, weil letztendlich, als wir, und ich glaube nicht an Zufälle, aber es ist so, dass die erste Tochter war schon so begeistert. Und wenn man die, und ich habe ja gesehen, wie Sie von, sagen wir mal, einer hier Couch-Potato, ein bisschen chillen und ein bisschen cool, zu einer unglaublich begeisterten, neugierigen, das ist nicht so ein wichtiges Wort in der Entwicklung, und immer neugierig zu bleiben, jungen Frau wurde, die Interessen hatte, die sich jetzt einsetzt, auch für Umwelt und, und, und. Und das ist das Wort, was mir dazu einfällt, oder die beste Beschreibung ist thriving, also aufblühen, die Kinder blühen auf dort unten und werden zu ganz tollen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Und das ist das Geschenk, was wir ihnen mitgeben können. Und durch diese Begeisterung, ich kann natürlich auch näher in Kontakt, dann gerade mit den Schulen in Auckland und Wellington, habe die International Offices dort kennengelernt. Und in der Organisation der Schulen hat es jedes Mal so ein International Office, die kümmern sich um die Gastfamilien, die kümmern sich auch um die Betreuung dort unten, die sind Ansprechpartner vor Ort, ganz tolle Menschen, die aber auch, wenn es um Visumverlängerung geht oder irgendwas mit Banken, oder weiß der Himmel irgendwelche Belange, die wichtig für die Schüler sind, wo sie Hilfe brauchen, ist das International Office da und hilft. Auch wenn es mal ein Thema gibt, beide meiner Töchter waren am Anfang mit den Gasteltern nicht ganz so happy, haben dann gewechselt, das machen die. Das lernen aber auch die Schüler, sich für sich selbst einzusetzen und zu sagen, hey, ich würde es gerne anders haben. Und wir sitzen ja hier genau eine halbe Welt entfernt. Aber wichtig ist, dass man dort unten eben tolle Ansprechpartner hat und die auch ihre Eigenständigkeit lernen. Für mich persönlich ist es mittlerweile natürlich sehr wichtig, ich vermittle sehr viele Schüler darunter und hoffentlich geht das Ganze auch jetzt ab Januar 2022, so sieht es im Moment zumindest aus, wieder los. Ich habe in Auckland ganz, ganz gute Freunde aus der Agenturwelt, die dorthin ausgewandert sind und meine eigene Familie lebt zum Teil eben in Wellington. Das heißt, wir haben auch, wenn irgendwas sein sollte, also auch für Schüler, die ich darunter vermittle, immer einen Ansprechpartner auch außerhalb der Schule. Wir haben Family dort und es sind Freunde oder Family selbst, die immer da ist. Das heißt, es ist auch wichtig, weil für mich damals auch ein Riesenthema, wenn ich meine Tochter dort runterschicke in ein Land, was jetzt auch nicht so eine Destination ist, wo ich mal schnell hinfliege oder so bis Wochenende, dass man eben sagt, ich habe dort auch jemanden, an den sie sich wenden können, auch außerhalb der Schule. Und das ist für viele, viele Eltern ganz, ganz wichtig. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Auch die Erfahrung nach zwei Töchtern, die ich dort runtergebracht habe und gesehen habe, wie sie aufgelebt sind. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, vielen Dank dafür, also für die ganzen Eindrücke. Ich glaube, ich kann das Ganze noch abschließen mit einem Zitat. Man sagt so schön, die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, sieht nur eine Seite. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Zitat. Das steht auf dem Reisebericht meiner ersten Neuseeland-Reise auf der Rückseite. Wunderbar. Ganz der Meinung. Vielen Dank, es war sehr, sehr angenehm. Ebenso, Dankeschön.